In diesem Video werden die wertvollsten Automarken der Welt gezeigt. Mal schauen, was auf Platz 1 ist und ob es eine deutsche Firma ist. Da, Fiat? Fiat schon so weit unten? Ich dachte, Fiat wäre übel groß im Autobusiness. Krass, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Okay, viele asiatische Marken auch. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, eigentlich schon, ist ein Riesenmarkt, logisch. Skoda oder Skoda. Peugeot auch schon hier. Okay, krass, krass, krass. Indien, natürlich, diese asiatischen Firmen kenne ich leider nicht so gut. Jeep auch, Big. Land Rover, natürlich. Was ist eigentlich auf Platz 1? Wahrscheinlich VW oder sowas, hätte ich jetzt gesagt. Aber vielleicht bin ich auch dumm. Okay, Hyundai, Nissan, Audi. Volvo ist größer als Audi? Boah, hätte ich nicht gedacht. Ford, natürlich, war riesig. Honda größer, Tesla, ob die wirklich so viel wert sind. Porsche, und jetzt kommen die dicken Fische, BMW. VW? Mercedes und Toyota auf Platz 1, okay, logisch.